Mein Mal was ist schöner? Ich bin der Günther. Ich komme aus dem neuen Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Fischfleisch. Mit dem nächsten Event. Zusammen mit... Mir kommt es leer. Ich habe hier alles gebaut. Ich bin der beste im ganzen Projekt. Ich habe den besten Skin. Zu essen. Den lelltot. Ich habe 21. Fünfig. Kann ich ja ein bisschen mit Ray machen. Haben wir jetzt nur die kleine Mac zum Campen? Ja darum geht es. Ja nur ein ganz kleines Ding. Wow. Gut. In jeder Ecke. Wir gehen ungefähr in gleiche Ecken. Das passt jetzt wieder. So ist es ungefähr gleich von der Möglichkeit zu sterben her. Los. Warte warte. Ja. Ich finde das Mycelium sieht übrigens super geil aus. Äh was ist? Das Mycelium sieht super geil aus. Naja geht. Ey. Warte. Warte. Warte kurz. Ich konnte grad irgendwie nicht laufen. Ich hab das mal getestet so schnell. Drei. Jetzt. Drei. Und zwei. Und ne ens. Und ne go. Oh du hast mich gekriegt. Easy. Ich werb dir meine Stöcke hinterher. Geistig. Ich baue jetzt schon mal das neue Event. Erstmal. Weil du sofort irgendwas machst. Slash. Hier mach ich es bei uns beiden. Ich hab schon alle Stöcke dir hinterher in die Lava gebracht. Easy. So warte ich baue jetzt erstmal. Ich baue jetzt nochmal die neue. Das neue Event. Das wird auch noch besser. Äh. Und was ist mit mir? Oh warte. Das war jetzt gerade wirklich witzig. So. TNT mach deine Arbeit. Weißt du noch wie du dich einmal zu mir tpt hast? Als ich noch in dem Baumhaus gewohnt hab? Oh geil. Hashtag no legs. Ich time oute gleich. Oh du bist jetzt einfach so. Was? Echt? Beim Yelp bin ich noch auf dem Server. Ne. Jetzt. So. Was könnte man denn neues bieten? Wow. Ich weiß nicht warum ich jetzt da gespawnt bin. Ich sag dass ich die Telepatina bevor du ähm getimert bist. Ich weiß nicht mehr Aschloch bin. Ja. Ist mir auch nichts los. Äh. Oh ich hab so ne geile Idee. Welche? Oh ist das gut. Kann nicht sein. Ist von dir. Ja. Okay. Beim nächsten Event darf ich nicht mitmachen. Oder wir müssen da wirklich ne Pause einlegen. Warum? Ich baue jetzt folgendes. Überall sind Schulterboxen derselben Farbe. Und in einer ist ein Kloch drin. Ah und der muss man fit. Das ist eine der kranksten Sachen. Sogar in die Treppen können sein. Sogar in die Treppen könnte es dann sein. Das ist eine der krassesten Sachen. Und raten wir mal was der Gewinn ist. Äh ne Schalkerbox. Das ist nicht ne Schalkerbox. Was machst du? Wir könnten das auch so machen, dass wir vielleicht den Slime PVP da mal kurz fragen ob er das kurz macht. Was denn? Halt eben den Knopf in der Kiste zu platzieren. Das tut auch gehen. Ohne dass ich meinen Motor und meinen Fahrleys machen lassen. Auch wenn das eher traurig wäre deshalb lieber ich. Äh wo ist eigentlich jetzt meine Siegerkiste? Meine Siegerkiste ist am Spawn bei der alten Siegerkiste. Okay. Auch wenn sie dir eigentlich einen Verdienst hat. Ich hätte sie viel mehr verdienen. Ich hab dich easy gerackt Junge. Ich weiß. Okay. Ich will auch nicht anmerken, dass ich in letzter Zeit richtig oft auf irgendwelchen Server-Knock-Modus zock. Wirklich? Ja. Ich zock sowas ständig. Das war ja auch unser Abo-Special. Und ich hab das vorher schon ständig mit Slime PVP als ich noch auf der Konsole gezockt habe. Och. Und jetzt wird es ein bisschen schwer. So hast du auch auf der Konsole gezockt? Ja. Ernst. Hier rennen grad so einfach zwei Zombie-Villager auf einmal auf mich zu. Zwanzig Skelette. Dreine Wohngegner allgemein. Ich schaff's grad nicht meine Kiste zu looten. Ich werd hier noch nicht genudelt. Oh ist das witzig. Oh ist das verwirrend und scheiße. Oh nein. Müsst du die Ewigkeiten brauchen. Jawoll ich hab. Ich hab die Kiste. Oh ist das schlimm. Ich teleportier dich gleich mal her. Ich werd auch irgendwo einen Knopf verstecken und da musst du gucken ob du ihn findest. Okay. Oh ist das schlimm. Ich ess einen meiner Kekse weil ich's kann. Oh geil. Der Ehrenkeks. Oh ne tschüss. Du tschüss und du scheiße. Und das ergibt keinen Sinn. Weiß. Relizös. Insgesamt. Asbesta ist bereit. Sie haben alle die auch noch die gleiche Farbe. Es sind zu. Oh. Und ich schlauer Mensch. Ich hab mich schon mal vorbereitet. Du kannst mich gleich auf ne Farmtour gehen. Aber essen. Wer braucht das denn? Kannst du mich mal tippen? Ich werd hier grad genudelt. Übrigens das hier ist es. Ich hab noch zwei Herz. Siehst du das hier? Was hier alles ist. Komm auch mal hoch bei den Treppen. Das ist so krass. Wieso mein Hirn... Wieso mein Hirn- Wieso mein Hirn- Du hast ihn schon versteckt oder? Nee hab ich nicht. Kannst du mal kurz machen. Warte mal kurz halt dir die Augen zu. Okay mach ich echt. Warte. Ich mach mal Minecraft zu. Sag mir wenn du soweit bist. Dann haben die Zuschauer auch nen Beweis. Ich sag dir weh ich schalte Minecraft gleich wieder an und dann steht du bist gestorben. Ich bin gestorben scheiße. Echt jetzt? Nein ich nicht. Komm ich bin so und so ein Creative. Hey. Ja. Ich hab's versteckt. Achso. Das bessere Adept ist, man kann ein paar der Kisten nicht mehr öffnen. Wow. Ich weiß aber das ist trotzdem weg von mir. Guck mal wie lange das dauert bis man da was gefunden hat. Okay. Achso. Ich war seit Lichterzähl deswegen kann man es nicht öffnen. Ja. Darum geht es. Man kann manche nicht öffnen was eigentlich ein bisschen von mir hat. Man kann hier gefühlt am Boden liegen und kann man in der zweiten Ebene fast keine öffnen. Japp. Es ist aber einfach so. Es ist insgesamt dieses Jahr, ich glaub ich bau schon Nummer 9. Ich spreng immer alles. Yay. Spreng. Ich trau dir zu dass du das hier irgendwo wenn das geht in so ne... Was ist? Ich hab aus Versehen dort platziert als ich auf eine der Kisten geklickt hab die man nicht öffnen konnte. Oh geil. Ich hab selbst vergessen wo ich sie gepackt hab. Really? Ja. Ich spamm jetzt erstmal hier auf den Boden ob man da überhaupt irgendwo ist. Beim Ernst es gibt gar nicht so viele Kisten die man wirklich öffnen kann. Ist der Pfeil das was du versteckt hast? Ja. Den ess ich. Ich hab ihn gegessen. Schade ich hab kein Feuerzeug dabei. Was? Du stirbst jetzt. Geht nicht. Ich bin schon draußen. Wie? Ich hatte zwei Dirt. Oh mein Arsch. Ich wusste dass du das machen wirst. Dich in Luft spreng? Ja. Ja. So ich weiß dasselbe nur noch aus. Ja. Kisten. Am besten noch verschiedene Farben verwenden. Damit es noch merkwürdiger wird. Damit es noch merkwürdiger wird. Ich weiß. Ich find's auch witzig. Ja. Ich find's richtig witzig. Es wird wirklich witzig. Es wird wirklich witzig. Es ist ja egal. Ich bin der Veranstalter. Du musst dich gewinnen. Ich find ich muss erst recht gewinnen. Weil du der Veranstalter bist. Es wäre ungefähr wenn ich gewinne. Da war ich der Veranstalter. Stimmt sagst du. Aber ich kann dann mal kurz meine Hangeln. Weil ich die noch irgendwo hab. Bei dir mit dem Glück des Meeres verzaubern. Oh. Äh. Aber nur wenn du gestehst, dass ich nicht gewinnen muss. Ich sagte mir, dass du gewinnen musst. Du hast gesagt. Ich sollte aber am besten gewinnen. Weil ich dem Veranstalter. Ich sagte aber nie, dass das nicht los ist. Halt. Ich bin ein Zugfahrer. Ich ignorier mich. Nö. Ich will dich aber nicht ignorieren. Was machst du, wenn ich es nicht mache? Nein. Dann fahr ich im Zug. Yo. Ich hab dich. Ich bin geil. So. Das neue Ding ist fertig. Und das hier ist ein Drubenchamp. Oh. Das ist geil. Das ist ein Tumor-Jump'n'Run. Das klassische. Das klassische Tumor-Jump'n'Run. Und dann. Willst du mal hergebrochen werden? So. Ich tippe hier jetzt. Oh ne. Du wettn'n'ich landet in der Lava oder so'n Scheiß. Und dann. 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 die wreifen das Zeug rein. Mit dem man halt. Leute in den Lava schießen kann. Alter. Meine Scheiß-Tastatur. Ich drück' grad. Die ganze Zeit. Wih ne? Kannst du das? Ja. Ich kann mich immer. Jetzt. Ich kann mich. Ist es nicht wunderschön. Ist du mit dem Idld jetzt. cin Unta wöhn. Ok. Jetzt mach ich noch. Junge! Was ist mit der Scheißt-Tastatur los? 1 2 3 hiervon kann ich jetzt wieder gehen natürlich 2 3 hiervon die schiere braucht man nicht ein wunderbares einhorn 1 2 3 oh mein gott also ich bin dafür dass man eine volle diafus irgendwo rein tut wo ist denn eigentlich dein armboss? mein armboss ist in meinem oberstock wo auch mein ganzer junger auch mein armboss zeug ist übrigens ich zähl nach wenn dir irgendwas fehlt bringe ich dich unten hier level habe ich denke ich genug ja das auch mal wieder ey ganz ehrlich hab es gibt halt sachen die sind einfach gibt es auch sachen die sind echt schwer wie zum beispiel man kann einen lavereimer oh mein gott ja ne visibilitism sind sehr stark das stimmt also ich als ähm ding ich bekomme als ding ein bisschen ding ist ein ding zu wissen ich geh jetzt angeln weil ich kann ach du scheiße ich angel ziemlich geil ich angel ziemlich geil außerdem kann man auch nen bogen bekommen das hat gar nicht nix gegen oh mein gott ist das stark das ist viel zu stark wow ein roher kabeljau das ist viel zu peh der roher kabeljau der roher muss nein nein das weiß ich in eine truhe packen werde wenn das jemand bekommt ist das fast ein instant win ähh full tier nein ähm ein instant damage trank der bleibt du weißt ja wenn man in der hoge zeige was mit dragon breath verbindet dann wird das dann bleibt das so ja das ist das drin Los, beißt an ihr Drecksviecher! Ja, das ist so krank. Essen gibt's auch. Es gibt uns gar nicht zehn Pop-Tops, die man bekommen kann. Oh, schön, jetzt ist meine Maus ausgefallen. Was ist mit deinem Zeug los? Ich weiß es nicht. Hä? Die Tasten funktionieren, aber die Maus an sich nicht. Boah, ist auch kein Potion. Hallo, ich kann nichts tun. Hallo? Gibt's noch ein Ring Ring Potion? Ja, geil, ich kann Minecraft und die Aufnahme wieder ausmachen. Okay, dann musst du wohl etwas warten. Ich bin kurz weg, ich wechsle die Batterie. Geil. Top thats die Zierkosten. Da ich hier ist alleine bin. BITBITBITBITBITBITBITBITBITBITBITBITBITBITBITBITBITBIT Kinder, steigt in den Laden, wer zu schnell kein Tageslicht mehr sehen. Wisst ihr, kennt ihr zu Mander Gloriris? Das ist ein Kerl, der ist wirklich witzig. Und zwar, der Typ, der kommt zu euch an und fragt dich, ob ihr seinen stoppeligen Sack anfassen wollt, dass der Kerl halt den Sack halt mit Pokepillen drin. Und in diesen Pokepillen, da zum Beispiel gibt es dann natürlich die Frage an den Kindern, so, was ist denn da drin? So, warte, sagt er, wisst ihr was Kokain ist? Seien die Kinder da hin. Und dann sagt er, okay, dann ist das natürlich, hier ist der Kokain drin. Ich sagte, ich weiß, dass ihr das gerade sehr langweilig erzählt, weil ich ein bisschen ruhig bin, das ist mir so egal. Ihr sollt erstmal ein bisschen bäh werden für heute. Jawohl, ihr wisst wieder da, hi. Hi, ich hab kein Pichamons gesagt. Ich hab nur das Wort Kokain gehört. Was? Ich hab nur das Wort Kokain gehört. Wow, ist ja gut. Ich guck mir das beim Schneiden an. Was ist denn? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ich bräuchte noch Köder. Was denn? Was für Köder? Auf meiner Angel. Ich krieg ja aber keinen Köder. Ja, ich hab schon drei Arten Fisch. Ja, ich hab schon drei Arten Fisch. Ich will, dass diese Fischer jetzt anbeißen. Sonst schlage ich sie. Ihnen bringt das Glück des Meeres nicht ansatzweise so viel wie ich dachte. Das Glück des Meeres ist ja auch nicht, dass sie schneller kommen würden. Und das was du brauchst. Ich weiß. Habe ich trotzdem nur so langweilige normale Fische. Ich hab jetzt fünf Fische gefangen bisher. Geil. Ich verstecke mich, dann sehen mich die Fische nicht. Geil. Geil. Übrigens, was funktioniert, geh mal ins Wasser während du das machst. Genau da verstecke ich mich. Oh, geil. Ist aber wirklich so, wenn du ins Wasser gehst, fängst du es um und schneller wirst. Äh, was habe ich gerade gehangelt? Hä? Hä? Ich hab keine Ahnung, was ich gerade gehangelt hab. Ich hab alles noch wie vorher. Ja. Sicher? Sicher, dass es nicht einfach ins Wasser gebunden ist. Das guck ich gerade an. Wie ist es so? Nee, da liegt nichts. Oh, ich würde jetzt so gern noch das zweite Event machen, dass es gerade so geil wäre. Ich weiß, ich weiß. Ich werde halt sicherlich morgen nicht mehr wissen, was wo drin ist. Deshalb ist es okay, dass es eine Warte ist. Hä? Ich hab schon wieder nichts bekommen und unter Wasser liegt nichts. Am Ernst? Ich glaub langsam, dass es ein Bug ist. Äh, gib mir mal die Annel. Äh. Warte, ey, dass man da helfen muss. Was? 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 Du musst mich beschützen während ich an... Okay, naja, wenn das so ist, dann guck ich mal meinen, ähm, Punchbogen. Ich wollte nur gucken, ob das wirklich mit dem Namen meines Schwertes klappt. So versteht. Ja. Das war's mit dieser Folge Minecraft Fischfleisch. Ach, jetzt habe ich einen Kugelfisch im Inventar. Aber guck, das hat ja Pugelfisch alles... Ja. Bis zum nächsten Mal. Und... Ciao. Tja. Verstecke mich. Äh. Ist die Aufnahme beendet? Nein. Mein Penis ist nicht gut. So, ich mutige mich meiner Mann dann mal, ne? Tschö. Ja. Ja.